Seymour führt in American Pastoral ein glückliches Leben. Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, hat eine hübsche Frau und eine wundervolle Tochter, bis diese plötzlich verschwindet. Wo ist meine Tochter? Jemand ist tot! Meine Tochter wird des Mordes beschuldigt! Tochter Mary hat sich politisch motivierten Aktivisten angeschlossen und wird verdächtigt, in einen Bombenattentat verwickelt zu sein. Die Polizei erweitert ihre Suche nach der jugendlichen Meredith LeVolfe wegen ihrer Beteiligung am Bombenanschlag auf einen Posten. Diese Geschichte basiert auf dem Roman von Philip Roth. Ewan McGregor spielt nicht nur die Hauptrolle, er führte auch erstmals Regie. Im Interview erklärt er uns, weshalb ihm dieser Film so wichtig ist. Solche Bilder können uns als Menschen bewegen und uns dazu bringen, zu handeln. Und handeln bedeutet in diesem Fall, die verlorene Tochter wiederfinden und versuchen zu verstehen, warum sie radikal geworden ist. Unsere Prognose lautet, American Pastoral wird unterhalten und gleichzeitig zum Nachdenken anregen. Das gibt drei von fünf Schirmchen. Das gibt drei von fünf Schirmchen lorsque sie aus ihm entstanden. Tsé Möck shirmchen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020